Hey, der Michael wieder hier für Euronics. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bosch hat mich eingeladen hier nach Essen zum Trainingscenter. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber eines kann ich sagen, waschen wird jetzt für euch viel bequemer und schont gleichzeitig die Fasern eurer Kleidung und eurer Haut. Das wichtigste Equipment für heute, jede Menge Waschmittel und Weichspüler. Aber keine Sorge, wir werden nicht verschwenderisch sein, sondern ganz im Gegenteil. Ich frage mich ja immer, wie viel Waschmittel muss ich eigentlich benutzen. Ich dosiere da immer ein bisschen nach Gefühl, das macht ihr wahrscheinlich auch, aber die neue Bosch Eidos Waschmaschine der Serie 6, die nimmt mir diese Entscheidung jetzt voll ab. Und hier kommen also das Waschmittel und der Weichspüler hinein und das werden wir jetzt mal befüllen. Ihr müsst nur einmal auffüllen und habt dann für ungefähr 20 Wäschen alles schon mal perfekt vordosiert. Und so wird das Waschen des Lieblingspullis genauso bequem wie ihr selbst. Denn was diese Maschine besonders und vor allem besonders nachhaltig macht, das ist die Eidos Technologie. Eidos, das steht für intelligente Dosierautomatik und macht endlich Schluss mit dem ungenauen Dosieren per Hand. Ein zu viel kann zu Rückständen und Hautreißungen führen, ein zu wenig für das Vergrauen der Textilien sorgen und auch noch Ablagungen von Kalk und Fetten fördern. Die Maschine dosiert Flüssigwaschmittel und Weichspüler ganz exakt und vor allem automatisch. In der Maschine messen intelligente Sensoren, die Beladungsmenge, die Textil hat und auch den Verschmutzungsgrad. Sogar der Härtegrad des Wassers wird berücksichtigt. Präzisionsdosierpumpen geben dann die genaue und exakte Menge Waschmittel hinzu. Auf den Milliliter genau. Das ist optimal für eure Wäsche, denn sie wird vollständig sauber und dabei geschont. Und perfekt für die Umwelt und den Geldbeutel sowieso. Eine genaue Dosierung spart bis zu 7062 Liter Wasser im Jahr und bis zu 30 Prozent von eurem Waschmittel. Doch bevor wir waschen, möchte ich euch ein weiteres Feature zeigen und zwar die acht Kilogramm große Trommel, die hier verbaut wurde. Genutzt wurde die Vario-Trommel-Technologie und die sorgt dafür, dass mit schonenden Bewegungen eure Wäsche beim Waschvorgang nichts passiert. Es kommt zu einer schnelleren und besseren Wasserverteilung, was für die besten Waschergebnisse sorgt. So, dann starten wir mal mit der Wäsche. Ich habe ja hauptsächlich dunkle Kleidung hier. Das heißt, wir schalten das Gerät ein und schauen dunkle Wäsche, also mit dem Drehregler auf dunkle Wäsche und jetzt die Kleidung und die Trommel. Tja, die ist sogar beleuchtet von innen. Da entgeht einem gar nichts. Wir haben außerdem eine wirklich leise Maschine hier. Die Kombination aus der Vario-Trommel und dem EcoSilence Drive Motor sorgt dafür, dass wir beim Waschen 49 Dezibel haben und beim Schleudern 74 Dezibel. Das heißt, ihr könnt sogar auch mal nachts waschen oder dann, wenn eure Freunde schlafen. Dann beginnen wir mal mit dem Waschvorgang. Das ist mal wirklich leise, oder? Da kannst du wirklich waschen, ohne jemanden zu stören. Du, ich würde uns mal einen Kaffee holen. Hast du Lust? So, dein Kaffee ist fertig und ich sehe, die Waschmaschine ist auch fertig. Hast du was gehört beim Schleudervorgang? Ja, das Lied am EcoSilence Drive Motor, der hier verbaut wurde. So, wir sind fertig. Die Wäsche, die kommt jetzt raus. Also Leute, die Maschine gefällt mir wirklich gut. Besonders die bequeme Eidos Technologie und dass die Maschine zeitgemäß konzipiert ist. Ihr spart Wasser, Waschmittel und Geld. Gleichzeitig wird eure Kleidung perfekt gereinigt und die Textilien werden geschont und gepflegt. Also, ich empfehle euch die Eidos Waschmaschine der Serie 6 von Bosch. Das war's von mir, von Micha. Wir sehen uns beim nächsten Mal.